Das ist YouTuberin Phoebe und ich werde es jetzt nach einem Date fragen, aber das Problem ist, sie ist nicht nur von einer Menge an Fans umgeben, sondern auch diesen wirklich gefährlich aussehenden Securities. Ich habe euch in einer Datingshow verraten, dass ich früher mal einen Crush auf Phoebe hatte und sie hat darauf reagiert. Ich hatte mal so einen Crush auf Phoebe, also die... Ha ha, Crush, Spiegel, Spiegel, Spiegel. Und nun werde ich hoffentlich mit ihr auf ein Date gehen, aber sollte ich es trotz diesen Hürden zu ihr schaffen, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass sie Nein sagt. Und mir den peinlichsten Moment meiner ganzen YouTube-Karriere schert. Willst du mit mir auf ein Date gehen? Senden. Auf meine Nachricht habe ich leider keine Antwort bekommen, deswegen brauchen wir den Masterplan. Wir subben jetzt bei Phoebe, das heißt, Phoebe liest die Nachrichten von uns eher, als wir die von anderen. Abo verlängern? Was? Der liegt? Ich liebe dich. Juhu, wir haben es abgeschossen. Passiert gar nichts. Okay, ich bin irgendwie mit einem Moderator im Chat, äh, Rewin heißt du, ne? Ja, genau. Du bist einfach Moderator von Phoebe und mein großes Ziel ist, Phoebe zu treffen. Wie würdest du das angehen? Ähm, ich weiß, dass sie in Erfurt wohnt noch. Naja, was soll ich da sagen? Du musst halt nach Erfurt fahren, dann denke ich mal, wo die wohnt. Ich fahr 10 Stunden mit der Bar! Oh, Mann! Wieso willst du Phoebe unbedingt treffen? Ja, ist halt, äh, mein Big Crush, ne? Ach so. Ja, bin halt auch Fanboy, ich bin Fanboy Nummer 1. Bist du auch Fanboy? Ich? Ja. Ja, ist so ein großer Fanboy. Vollkommen! Junge. Geil! Erfurt ist halt wirklich, wirklich weit weg und es würde viel kosten, dorthin zu fahren. Und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, Leute. Ich bin wirklich am überlegen, weil es gibt sonst keine Möglichkeit, aber ich glaube, ich schlaf mal eine Nacht drüber. Pff, Leute, Tag 2! Ich habe jetzt eine Nacht drüber geschlafen und ich kann sagen, das ist die dümmste Idee. Ich werde jetzt sicher nicht nach Erfurt fahren. Warte mal, warum ist über Erfurt ein Meer? Weil es Stock footage ist. Aber über die Nacht hat mir so viel geschrieben, ob wir auf der Gamescom sind. Und das Ding ist, Phoebe hat gestern gepostet, dass sie auch auf der Gamescom sein wird mit einem eigenen Stand. Wir müssen sie da treffen, das ist die Chance, Leute. Hopp zu Gamescom, ich habe Koffer gepackt, let's go! So, Leute, das ist die geile Crip von Marvin, die wir hier einfach haben, wo wir pennen können. Das ist richtig geil. Wir haben nur zwei Probleme. Nummer 1, wir brauchen ein Gamescom-Ticket. Nummer 2, Phoebe hat eine neue Story hochgeladen. Digga, nö, oder? Morgen ist Tag 1 der Gamescom und wir probieren, Phoebe nach einem Date zu fragen. Und wenn es nicht klappt, müssen wir so ein Charme-TV-Herz kaufen. Habe ich schon überlegt. Ist mega unangenehm und ist lustig. Oha, neue Story. 15.30 Uhr bei Chibi. Hier machen wir uns gerade auf den Weg zum Stand, wo Phoebe auftreten wird. Es bleibt episch. Äh, epic. Ähm, spannend. Phoebe bewusst auf Stage. Phoebe, 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 Phoebe. Phoebe, 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 Phoebe. Bei dieser Show hier kann man auf der Bühne mit ihr zusammenspielen und das wäre natürlich der perfekte Moment. Wenn wir nicht dran kommen, bin ich sauer. Aber dafür müssten sie uns dran nehmen. Und irgendwie zeigen die alle hier auf. Warum zeigt die alle auf? Wann ist mein Geburtstag? 5. Januar. Falsch. 5. Januar, ist doch klar. 5. Januar. 5. Januar. Ja, richtig. Dann gab es noch einen zweiten Versuch, wo sie nochmal jemanden rausgesucht haben aus dem Publikum und... 3. Ich gucke nicht hin. 3. 1. 1. Stopp! Oh! Der! Ich habe ich. Wir wurden zwar nicht für das Event drangenommen, aber ich habe schon einen Plan. Wir werden nämlich am Hinterausgang auf sie warten. Aber davor ein Interview mit einem Phoebe-Fan. Denkst du, ich habe Chancen bei Phoebe? Oh, ich sage so, es ist egal. Versuchen kann man. Aber hier, ne? Da war glaubt er mich! Da war glaubt er mich! Da war glaubt er mich! Leute, ein Geheimtrick. Die letzte Runde war gerade. Nämlich, man muss sich an den Hinterausgang stellen. Sag ehrlich, einfach schlau. Einfach schlau. 100%. Irgendwie bin ich nicht der Einzige mit der Idee. Wie checken das die Phoebe-Fans? Ich habe davor eine halbe Stunde gewartet. Und auf einmal, sie kam da nicht raus. Jeder hat gewartet. Sie kam woanders. Sie hat einfach gezaubert. Zwei Minuten noch, dann bin ich auch weg. Das war das größte Scammergott's Game ever. Deswegen Leute, wir müssen zurück zum Masterplan. Philo kennt Phoebe. Das heißt, wir werden ihn nun unter Schussfeuer nehmen. Oder wir werden ihn einfach fragen. Er soll es einfach Phoebe geben? Achso, du meintest da eben im Video. Du bist gut mit Phoebe, ne? Mhm. Oh nein. Ja. Denkst du, ich habe Chancen? Bei Phoebe? Ja. Ich sag dir so, ich habe heute mit ihr in einem Hotelzimmer geschlafen. Oh, warum machst du diese? Ich glaube, es sieht schlecht aus, Bruder Melix. Guck mir leid. Wie würdest du den Type beschreiben? Okay, ich gehe morgens auf die Gamescom. Geil. Bis morgen. Bis morgen. Mir ist was eingefallen. Nämlich, ich habe ja mein Handy, hier Code eingeben. Ich schaue jetzt mal wieder in die Instagram-Story, was da abgeht. Oh mein Gott, neue Instagram-Story. Aha, Philo. Philo. Digga. Den Mann, ja, ja, ja. Den habe ich noch. Okay, paar Fotos mit Fans. Hier ist der grüne Head. Diesen Head müssen wir heute suchen. Hier habe ich geschaut, ob irgendwer so einen grünen Kopf hatte. Die Chance war 0 zu Millionen. Aber dann. Vorne ist ein grüner Kopf. Nein, wenn das jetzt wirklich ist. Oh nein, nein, nein. Es war nur so ein Weed-Kopf. Schade. Darf ich euch was fragen? Seid ihr Phoebe? Nein. Nein. Okay, schade. Ich habe gerade einen Anruf von Noel Diederichs bekommen, dass er Phoebe gesehen hat. In der Creator Lounge, wo ganz viele YouTuber und so sind. Bro. In der Tür. In der Tür. Digga, hier bist du ja. Ja, da bin ich. Du musst mir helfen. Okay. Hier. Wo sind wir hier? In der Creator Lounge in der Gamescom. Phoebe ist safe hier. Dann lass es suchen. Wo könnte es sein? Was gibt es als Streamer heute? Können wir da mal nach dem Schott? Ich frage auf, du Phoebe. Bist du Phoebe? Sorry. Kann ich euch was fragen? Seid ihr Phoebe? No. Also es ist ja nicht Phoebe. Hä? Nicht Phoebe? Sie sah aber so aus. Soll ich hier auch noch mal fragen? Lass mal im Hintergrund wieder Fortnite dancen. 10, 15, 20 Stunden. Die Dinger kann man einschätzen. Okay. Sie ist nicht hier. Äh. Manuel hat da was verwechselt. Denn es gibt nämlich eine zweite Crater Lounge. Die Red Bull Lounge. Wo wirklich nur ganz VIP, VIP Leute da sind. Aber ratet mal wer ein Ticket hat! Rat mal bei die Whisky-Muffin! Vor Ort sah es dann aber anders aus. Leute, schaut man wie viele Leute hier sind. Das ist extrem. Und auch das so cute. Lassen die jetzt überhaupt noch jemanden rein? Werden es sehen auf jeden Fall. Ich musste da jetzt durch und... Perfekt! Zwischen mir und Phoebe steht nur noch... Simon, was geht? Oh, es geht ab, alles fresh! Boah, Digga, meine Haare! Digga, hab ich dir schon erzählt, was ich mache? Äh, nee, Mann, Digga. Was geht ab? Ja, ich... Achso. Kann ich es machen? Oh, damn, Junge! Oh, das ist nice, Boi! Ich würd sagen, einfach direkt sein und ehrlich sein. Also immer sagen so, hey, Digga, ich find dich fucking nice, Allah! Let's fucking go! Ungefähr so, ich glaub, das ist charmant. Sie ist angeblich hier. Okay. Ich will's jetzt auch absolut nicht stören. Oh, damn! Oh, damn, stopp! Digga! Alles klar. Ich crawl Outdoor-Bereich. Ich bin nervös. Ich bin schon ein bisschen nervös. Danke dir. Oder ist sie das? Schreibt mal jetzt in die Kommentare, wird sie Ja oder Nein sagen. Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, was sie sagen werden. 900 Kilometer, eine Menge Zeit, und jetzt werden wir die Wahrheit erfahren. Alter, das war sowas King. Okay. Kann ganz klassen sein und der Körper ist auch okay. Phoebe! Hi, darf ich dich eine Frage fragen? Das ist eine ganz spannende Frage. Keine Angst. Ja. Warum ist das so traurig? Nee. Zeugern. Ist alles okay? Ja, ne, frag, frag. Was denn? Möchtest du mit mir auf ein Date gehen? Ja! Tschüss! Da gibt's noch viele. Andere, die auf dich warten. Genau. Für die Liebe kämpfen. Ja. Einen Kompromiss eingehen dafür. Und dann, wie meine Liebbräte, das war's für ein Video. Lasst mir einen guten Block da, denn ich bin auch. Sie hat zwar Nein gesagt. Haben wir sie getroffen? Ja! Ja! Ja!